Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei The Legend of Zelda Link's Awakening in der Deluxe-Variante. Wir befinden uns jetzt hier gerade im Mövendorf und haben im letzten Part die Schuppe von der Nixe, von der Meerjungfrau wie auch immer, erhalten. Haben die dann auch so gleich in die Nixen-Statue eingesetzt und haben dann die magische Lupe erhalten. Und mit Hilfe der magischen Lupe konnten wir jetzt auch tatsächlich noch ein Büchlein lesen, das uns zwar noch nicht allzu viel gebracht hat, aber ich denke mal, das wird im Laufe des Spiels durchaus noch von bedeutend für uns sein. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir in den südlichen Teil der Ruinen von Maskentempel kommen. Da wollen wir mal schauen. Erstmal müssen wir jetzt hier wieder hin zum Zoodorf, denn nördlich vom Zoodorf ist der Maskentempel. Und der Uru, den wir da getroffen hatten, der uns irgendwie das ganze Spiel über schon gefolgt ist, hat uns gesagt, wir sollen doch mal bitte schön da schauen, weil es gibt zwei Ruinen, einmal noch weiter nördlich und einmal die südlichen und wir sollen erstmal die südlichen aufsuchen, das lohnt sich bestimmt. Und genau das wollen wir jetzt tun. Und in der Bibliothek haben wir auf der Karte erkennen können, dass wir dafür trotzdem nördlich von Zoodorf uns bewegen sollen. Und genau das tue ich jetzt hier. Genau da oben. Moment. Zwei Schreine, einer am Norden von hier, der andere im Süden. Frisch erzählen, naja. Also wir befinden uns jetzt hier eigentlich schon ganz gut. Müssen wir jetzt hier mal weiter gucken, wie wir jetzt hier weiterkommen und was wir dann dort finden werden, wenn der Uru schon sagt, das ist ratsam, dass wir erst in den südlichen Bereich gehen, dann tun wir das am besten. Das wird er ja bestimmt nicht von ungefähr erzählt haben. Zumindest schätze ich es so nicht ein, weil er ist ja eigentlich dazu da, uns so ein bisschen die Richtung zu weisen, genauso wie Ulriera, dass er eigentlich für gewöhnlich tut, so dass der Uru das eben ein bisschen anders macht. Entschuldigung. Ja, meine Stimme ist ein bisschen angegriffen, es tut mir wirklich leid, aber ich habe Lust zum Aufnehmen. Ich möchte gerne mehr aufnehmen eigentlich, aber die liebe gute Zeit. Und ja, da oben ist was zum Sprengen. Da muss ich doch eigentlich gleich mal genauer hingucken. So, dann wollen wir hier mal ein Bömbchen an die Seite legen. Bömbchen. Gott. Where the fuck am I gelandet hier? Okay. Eine Fee. Lass mich deine Wunden heilen und entspannen dich und schließe deine Augen. Nebus. Oder... Oh, no, 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 no. Du bist ein leckeres Kerlchen. Okay. Ne, ich glaube, ich lasse das mal ausgerüstet. Und schaue jetzt mal hier im Wasser. Genau. What the fuck, was ist das hier eigentlich? What the hell? Ach so, okay. Und cool. Das war so nicht geplant, aber okay. Wie besiegt man die Dinger denn da? Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier richtig bin. Ich komme so langsam in diese Gefilde, in denen es blind wird für mich. Okay, also hier werden wir zum Beispiel jetzt ohne den Enterhaken aufgeschmissen, weil hier kommst du nicht weiter dann. Okay. Mhm. Ist das jetzt hier, wo der eigentliche Masken-Tempel ist? Hier ist der eigentliche Dungeon. Okay. Also bin ich hier eigentlich schon falsch. Masken-Schlüsselloch. Ja. Also hier ist der eigentliche Dungeon. Das heißt, hier bin ich jetzt aber zu früh. Ich sollte ja eigentlich erst in den Süden. Was ist denn das hier eigentlich? Ich glaube, das ist das, wo ich jetzt, wo ich gesprengt hatte, ne? Aber du kannst mich gleich nochmal wunden heilen, blablabla, ja, ja. Oh, du leckeres kleines Kerl, Schwimm, du. Ich vermausche dich. Ja, okay. Wo kommen wir eigentlich hin, wenn ich hier jetzt schwimmen gehe? Okay. Wasserfall. Erinnert mich so ein bisschen an Wasserfall der Wünsche aus Link to the Past. Vielleicht gibt's da auch noch was hinter. Aber ich muss mal schauen. Ich glaube, da gucke ich erst rein, bevor ich da unten weitergucke. Das ist schon so ein bisschen auffällig, könnte man sagen. Dieser Wasserfall dort. Nicht? Okay, dann nicht. Habe ich mich getäuscht, aber es hätte ja gut sein können. Hier ist nichts weiter, okay. Warum ist da ein Wasserfall, wenn da im Endeffekt nichts sich hinter verbirgt? Das erschließt sich mir nicht, aber okay. Gibt halt manchmal so eine Sache. Nein. Jetzt geh halt wieder rein, bitteschön, danke. So, und dann bewegen wir uns hier jetzt lang. Obens, genau. Ist auch sehr interessant gebaut hier, finde ich so. Ach, da bin ich jetzt. Für mich stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, woher kriege ich jetzt den Schlüssel? Muss ich dafür wirklich erst in diese südliche Ruine? Oder gibt es da eine andere Möglichkeit? Lass mich hier nochmal kurz umgucken. Und dann mal schauen. Ah, hier ist der Floßverleih. Das machen wir aber auch nicht jetzt. Es war schon mal gut zu wissen, dass es das hier gibt und so. Moment, nein, wo befinde ich mich jetzt hier gerade? Hier war ich generell, glaube ich, schon. Tal, Tal, Erhöhung. Ja. Alles klar. Ich weiß, wo wir uns befinden jetzt. Okay, cool. Dann gehen wir hier mal rein wieder. Ins Wasser, Aldi. Mal schauen, was diese Höhle da noch verbirgt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, waren wir da schon drin? Aber ich glaube nicht. Komm, wir tauchen. Wozu ist das sonst da? Hier sehe ich hier wieder irgendeine ganz triviale Sache? Wäre ja auch nicht das erste Mal. Hä? Was zur Hölle? Was ist das für ein Raum? Muss man hier irgendwas Bestimmtes machen? Muss ich irgendwas ausgerüstet haben? Muss ich irgendwas... Na, ein Lied spielen kann ich hier ja schlecht. Bin ich gerade überfragt? Weiß ich nicht, was das hier soll. Das wird bestimmt auch seinen Sinn haben. Die Daseinsberechtigung ist bestimmt auch irgendwo vorhanden. Ich kann sie nur aktuell leider nicht entdecken. Also, frag mich nicht, weiß ich nicht. Erinnere ich mich auch nicht mehr dran. Also, das ist jetzt so... Hm, ne. Da oben lang brauche ich nicht weiter. Okay. Das hat zu mir mal zu diesen südlichen Ruinen von dieser Vormasken-Tempel. Aber ich glaube, jetzt gehe ich... Jetzt gehe ich, glaube ich, erst mal zum Floß verleihen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Einfach mal zu gucken, wie das damit nochmal war. Ob man da auch noch irgendwas konnte? Ich weiß es nicht mehr. Möchtest du auch für 100 Ruinen mit dem Floß fahren? Ja. Okay, nimm dir einfach das Floß da draußen. Verspaß damit. Gott, das hat ja eine riesige Brille, alter Wahnsinn. Okay. Du kannst jetzt hier praktisch entscheiden, wie du fahren willst. Naja, das war, glaube ich, schlecht. Okay, Moment. Gott, was sind das hier für Bäume? Ist das geil. Ich erinnere mich... ...nur noch... ...ganz grob. Oh, hätte ich die andere Richtung nehmen müssen. Oder sollen. Oh Gott, da unten wäre so viel gewesen. Wie komme ich denn da hin? Das ist sehr interessant. Echt interessant ist das hier. Die Musik ist auch richtig schön gechillt. Hat auf jeden Fall was. Ach so, alles klar. Das ist jetzt, jetzt befinden wir uns hier. Ich weiß, okay. Damit ist jetzt eigentlich die Fahrt schon vorbei. Aber generell geil, aber da gab es eine Truhe. Was befindet sich in jener Truhe? Das interessiert mich jetzt natürlich. Hier war nichts weiter. Mit dem Floß komme ich jetzt, glaube ich, auch nicht weiter. Oh, nee, also... Nee, also da. Oh, ich bin böde. Wie immer eigentlich. Mit dem Floß komme ich da jetzt nicht weiter. Aber es ist eine coole Sache. Auf jeden Fall, dass das gibt. Bin ich ganz glücklich mit. Kann ich jetzt einfach wieder mitfahren? Nein, natürlich nicht. Da muss ich jetzt nochmal Geld abdrücken. Da wird man auch nicht arm bei. Okay, also das... Naja. Ich muss immer nochmal gucken, wie ich jetzt wirklich zu diesem südlichen Bereich von dieser... vom Masken-Tempel komme. Weil das, was ich da jetzt gefunden hatte, das war ja irgendwie was ganz anderes. Das hatte ja damit überhaupt nichts zu tun. Also das war der Weg zum Masken-Tempel selber. Aber... Aber... Ja. Ich gehe jetzt erstmal noch zu Urunga-Steppel. Lasse ich mich jetzt hier fliegen. Werde dann nochmal alles durchgehen. Und das, wo ich da war, das war ja schon Masken-Tempel eigentlich. Aber... Es hat ja leider trotzdem nicht geholfen. Wie die uncool, ey. Ich gehe jetzt nochmal in die Bibliothek, wie gesagt. Und dann mal gucken, ob ich da irgendwie was... Was passendes finde. So, da sind wir auch schon wieder. Kukulint-Karte. Ja, ja, ja. Ja, bitte. So. Toronga-Strand. Das ist alles Toronga-Strand, den ich mal... Ja. Haus an der Bucht. Das war das mit dem Geist. Zwergenbucht. Hm, Zwergenbucht, ja. Zwergenbucht. Das war Level 5 Fischmaul, genau. Waren wir ja schon drin. Alles Zwergenbucht. Östliche Bucht. Maskentempel. Das ist alles Maskentempel hier. Für mich ist jetzt hier natürlich die Frage... Wie genau kommt man hier hin? Also es ändert nichts daran, dass es auf jeden Fall nördlich vom Dings ist. Und das ist das, wo wir hinkommen. Also es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, auf jeden Fall trotzdem nördlich vom Zoodorf da hinzukommen. Ich habe zwar noch keine Idee, wie das gehen soll, aber wahrscheinlich habe ich da bloß wieder einen Weg übersehen, der wieder total ersichtlich ist für jeden. Nur für mich will ein Fisch eben nicht. Ähm. Dann wollen wir doch mal gucken. Also eigentlich... Ich werde mich jetzt nochmal wieder teleportieren zum... Zum Zoodorf. So, da werde ich hier gleich nochmal gucken. Ja, wir müssen hier nämlich genau in diesen Bereich. Weil es hier oben ist Maskentempel, das ist schon das Richtige. Wir müssen hier praktisch das tiefer... Wir müssen vielleicht durch die Durstwüste... Wobei, nein, ich glaube... Ich glaube, die Durstwüste hat damit leider nichts zu tun. Jetzt muss ich hier trotzdem erstmal irgendwie gucken. So. Der ganze Bereich hier rechts. Den betrifft das doch eigentlich. Also das, was jetzt hier südlich liegt. Da müsste man doch irgendwie hinkommen. Oder nicht? Okay. Ja, hier noch. Genau. Wie macht man die kaputt mit der Bombe? Bombe. Tatsächlich. Bombe. Oder mit Pfeilen. Das ist vielleicht auch noch eine Idee. Pfeil und Bogen? Wo rennst du denn hin? Dumm Pfosten. Komm her, hier. Ein Pfeil, die sind tot. Ja, okay. Auch gut. Moment, ist hier unten sieht so verdächtig aus. Nichts. Oder muss da graben. Das kann schon ja auch noch sein. Aber das scheint jetzt dieser südliche Teil zu sein. Von dem der Uhu gesprochen hat. Also zumindest interpretiere ich das jetzt hier so. Okay, da muss ich nicht lang. Das war doof. Okay. Weg. Sobald die auffangen, kann man den echten Pfeil im Kopf jagen. Wie geil ist das denn bitte? Okay. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ob ich diesen Tempel, die ich auch je betreten habe. Auf jeden Fall erinnere ich mich bloß noch an diesen Namen Masken-Tempel. Ops. Da habe ich ein bisschen zu früh, äh, voreilig, ein bisschen zu früh und so. So. Das war es mit einer Aufwachphase. Super. Und das hat mich auch wieder sehr an Illusion of Time, an Mu, an diese. Was war das? Ah, weiß nicht mehr, wie das hieß. Die Musik ist hier sehr, sehr spooky, finde ich. Aber geil. Bist du ein Amos-Ritter? Erinnert mich sehr, 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 sehr stark an, ähm, an A Link to the Past. Und dann muss ich das jetzt so machen, Sekunde, so. Ja. Das ist einer der Amos-Ritter, das ist ja so dermaßen geil. Der hat ein Schild und das interessiert ihn? Oh Gott, ich bin tot. Mips. Blüht. Speichern weiter. Ah, sehr schön, ich fange hier wieder an. Das ist praktisch. Ist das wirklich ein Boss oder ist er eigentlich hier? Mist. Boah, wie springe ich denn, ey? Wahnsinn. Irgendwie habe ich relativ wenig Pfeile, kann das sein? Wow. Hat er jetzt eine dritte Form oder was war das gerade? Scheiße, ich habe kaum noch Pfeile. Das ist natürlich nicht ganz so praktisch. Aber der ist irgendwie cool. Dieser Wächter, wie auch immer ich es nennen soll. Und? Okay, super. Hier kann man jetzt nochmal die Pfeile ein bisschen nachfarben. Prinzip ist relativ simpel. Trotzdem muss man es erstmal hinkriegen. Und da scheitert es im Moment gerade noch bei mir. Obwohl mich diese rosa Mauern ein bisschen irritiert, aber auch nur ein bisschen. Sehr interessant, auf jeden Fall, wie das hier so aussieht. Immer wieder faszinierend. 25 Pfeile. Machen wir noch diese beiden jetzt und dann wage ich mich nochmal dran. Okay. Genau. Es ist auch ein ziemlich kleiner Raum hier, ne? Oh, jetzt ist er down. Sehr schön. Oh, schon ein sehr interessanter Gegner, auf jeden Fall. Ah, okay. Der Maskenschlüssel, er gehört nun dir. Sehr schön. Damit ist also der Weg in den nächsten Dungeon auch freigelegt. Quasi, wenn man so will. Oh. What's up? Hier brauchen wir Zauberpulver. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Oh, Eiland Koko Lindt, bist nur eine Illusion. Die Menschen, die Monster, das Meer, der Himmel sind nur ein Traum des Windfisches. Wächst zu den Träumenden, so wird sich diese Insel in Luft auflösen, wie eine Seifenblase zerplatzen. Was? Alles nur eine Illusion? Ist im Grunde schon krass, was man hier in diesem Augenblick erfährt. Finde ich. Also das hier alles wird im Prinzip nur durch die Träume des Windfisches erschaffen. Also dieser Ort existiert gar nicht wirklich. Wir sind jetzt hier bloß in einem Traum eines Fisches gefangen, sozusagen. Deswegen befinden wir uns hier nämlich aktuell auch nicht in Hyrule. Weil es einfach diesen Ort hier so gar nicht gibt. So. Uhu, du hast das Bild gesehen? Natürlich weiß man nicht genau, ob Koko Lindt tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Im Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Vertraue deinem Gefühl. Irgendwann wirst du es genau wissen. Uhu. Uhu. Okay. Und damit mache ich hier erst mal schön wieder einen Cut. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Mal. Äh, im nächsten Partei. Also beim nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.